Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Diablo Immortal. Wir haben es ja endlich durchs Portal geschafft. Die letzte Folge war leider ein bisschen am Ende, ohne Abmoderation natürlich, aber ist ja egal. Weil ey, das hat... Ich weiß nicht. Das war so... Nein, 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 wir wollen nicht rein. Das war voll das Problem gewesen. Aber egal. Ich hoffe, heute haben wir ein bisschen mehr Glück. Ich hoffe es, Leute. Auf jeden Fall, wenn das hier online ist, ich denke, dann sollten wir auch Live-Streamen. Aber dann mit einer anderen Klasse... Warum schlägt der automatisch? Geht's noch? Bro. Ich glaube, der ist hibbelig. Ich glaube, der hat richtig Bock zu kämpfen. Warte, wenn ich das loslasse. Ne, okay. Da hatte ich irgendwie... Keine Ahnung, was das gerade war. Hatte ich gestern nicht. Oh, ein bisschen Gold. Klingende Münzen. Komm in meine Taschen. Aber warte mal, haben wir hier was zum Sammeln? Job. Bestimmt irgendwas gratis. Ne, yeah, komm. Gratis schmeckt immer. Warte, noch was? Ja, komm. Gratis, wie gesagt. Gratis ist immer lecker. So, was war denn das? Ah, ja, 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 ja. Gut. Wir haben uns in der letzten Folge nicht mehr ausgerüstet gehabt. Das erledigen wir natürlich. Jo. Ein bisschen besser. Und den Kodex natürlich. Eine gute alte Kodex. So. Und Level 19 sind wir schon. Äh. Warum war das gerade so am hängen? Habt ihr eigentlich auch Probleme oder läuft alles gut? Naja, komm, das überspringen wir jetzt einmal hier. Wir sind die Überspringer, ihr wisst Bescheid. Ach, das soll das fail. Unsere Kliniken, Kollege. Ich weiß, hier reinstellen, das war jetzt nicht so schlau. Ich glaube, die doch selber nicht, oder? Komm, komm, ich hab ein Problem. Kann das sein, dass die Klasse aber ein bisschen wenig Schaden macht. Die Kölzritter. Ich weiß es nicht. Im Lightstream werde ich auf jeden Fall einen Totenbeschwörer spielen. Was wird Klassenspiel die eigentlich? Ich hätte auch überlegt, Mage ist auch schon mies stark, oder? Mage ist bestimmt mies stark. Er haut safe rein. So, weg mit dir. So, so kleine Abschnitte lassen wir laufen. Da hat er sich gegönnt. Wir haben nichts von ihr bekommen, ne? Ne. Ich bin die Geierin. Ich weiß nicht, warum, aber erinnert mich an einen Mix aus Arthas und Geralt. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Total öffnen. Ja, so eine Schmiede wäre jetzt nicht schlecht, ne? Ein bisschen den Kram verwerten. Das würde ich auf jeden Fall, ja, feiern. Wir kommen jetzt in die Stadt, genau. Ja, ja, ja. Ich kenne mich hier schon aus, Bro. Ich kenne mich hier schon aus. Weihe, okay, okay. Was ist das denn für eine Attacke? Weihe wie ein, äh, WoW. Weit den Boden um euch, fliegt allen Gegnern in den Fall auf und... 1200 Schaden zu gut, äh, ich glaube, das gefällt mir besser als das Schild. Was in der Uplinkzeit hat da sein? 50 Sekunden, das geht eigentlich sogar. Mit dem Schild konnte ich mich eh die ganze Zeit nicht anfreunden. Wie Schaden macht der? Ja, ja, ja. Ich denke so, das gefällt mir schon einiges besser. Mit dem Paird kann ich mich auch nicht anfreunden, Leute. Vielleicht ist das eher so ein PvP-Ding. Nice. Das gefällt mir. Und was, äh, zeigen wir uns noch an? Bestenliste. Ja, gut. Da ist klar, dass ich jetzt... Ja, dann gib mal her. Das ist klar, dass ich da noch kein Ranking drin habe, ne? Gucken. Gut, zeig mir einmal hier. Ja, danke. So. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob der Sound jetzt besser ist. Der müsste besser sein. Ich habe echt viel hin und her getestet, aber keine Ahnung. So, ich und Technik, ne? Das ist echt problematisch. Das ist echt crazy. So. Dann können wir auch gleich das mit dem Sockel und so machen, ne? So. Dann erstmal den ganzen Kram. Ah, die Schultern. Die muss ich jetzt noch behalten. Aber wir werden eh... Wartet ab. Innerhalb von einer halben Stunde haben wir eh wieder viel bessere. Mindestens. So, dann werten wir mal auf. Werden wir mal die... Pants auch. Die haben Stil. Die haben richtig Stil. So. Ja, dich brauchen wir auch einmal. Machen wir mal... Und wir machen 5. Machen direkt mal 5. Was hast du denn, Freund? Und dann werden wir einmal aufwerten. Dann können wir auch direkt mal... Ich würde sagen, jetzt mal das auf 2. Bringen wir auf 2. Und haben nicht mehr genug. Ja, so ist das... Warum... Wo will der hinlaufen? Warum macht der das? Warum macht der das? Ich weiß, wir können wieder Codex einsammeln. Okay, wir machen das. Leute, ich will euch nicht triggern. Fordern wir ein. Einfordern. Komm. Danke. Boah. Überall ploppt was auf, Leute. Das ist wahrer Luxus am Anfang. Wohl nach der Zeit. Da bekommen wir auch immer mal wieder was. Purer Luxus. Vor allem... Nimmt das ein Ende? Danke. So. Ja, Battle Pass auch. Okay, wir können uns wieder weiter aufrüsten. Aber das machen wir gleich. So dringend haben wir es gerade noch nicht. So, Bro. Wie geht's dir, Bro? Wie geht's gut, Bro? Bitteschön, Bro. So. Und wir sind schon 21. Wir waren voll noch 19. Es geht so schnell am Anfang. Aber diese kommt bei meinem anderen Account. Auf dem Handy war das so gewesen, dass die Kopfgelder... 2 waren richtig buggy. Die Spinnen, die kommen fast gar nicht. Und die anderen... Ich glaube, so irgendwie... Irgendwelche Toten... Keine Ahnung, Skelette oder irgendwas... Die kommen überhaupt nicht. Ist das bei euch auch so, Leute? Ich denke mal, ja. Aber gestern das mit dem Portal, das hat es für mich im Handy nicht. Und hier... Ey, das war... Ich war kurz vorm Durchdrehen, ehrlich. Wollte diese Aufnahmen noch zu Ende machen. Jetzt die zweite Folge leider sehr lang geworden. Und ein bisschen komisch. Aber egal. Egal, egal. So, Shop. Ja, sowas wollen wir uns nicht, Bro. Entschuldigung. Warum läuft der automatisch? Warum läuft der automatisch? Ja, einfordern, setzen wir direkt ein. Kennen wir schon. Den machen wir auch direkt rein. Jo. Weiß, kriege ich hier schön Kram. Haben wir noch ein Slot? Nein, oder? Ja, ja, ja. Ihr wollt, was ich kaufe, ja? So. Machen wir mal eine Gruppe. Ich mag es irgendwie in Gruppen. Ich hoffe, den nimmt direkt an. Hab ich noch... Okay. Ich hab mich auf eine Gruppe finden gedrückt. In Zeiten wie diese. Freunde sind immer willkommen. Annehmen. Komm. Mach keine Faxen, Bro. Mach keine Faxen. Die Leute, die sich immer anmelden, aber nicht annehmen. Das verstehe ich eh nie. In jedem Spiel. Oh. Hm. Jetzt mach ich hier gleich den Dolo-Ding. Okay. Glück ab, Bro. Da hast du mal Glück gehabt. Gibt es eigentlich Boni, wenn man das in der Gruppe macht? Oder ist das vollkommen egal? Ach ja, ich hab jetzt die Weihe. Genau. Die Weihe. Eine Wiederbelegung erhalten, okay. Die Ballern schon gut Schaden raus. Muss ich mal mal einen Trank sippeln. Dann muss ich doch mal einen Trank sippeln. So rein da. Oh, sein Ernst. Was war das sein? Ernst? Dann kommt mal auch dran hier. Oh, die Weihe hat mich nicht gut gesetzt. Bin ich eigentlich mit dem Kreuzritter sowas wie ein Tank? Ich denke mal ja, oder? Ja, Leute, hier unten ist doch auch noch schmackhaft. Hier ist doch schmackhaft. Ah. Wisst ihr, was ich meine? Mir fällt das Wort gar nicht ein. Erfahrungskugeln, genau. Darum kommen wir doch hier hin, Leute. Wir wollen doch alle nur schnell auf 60 kommen. Gut doch, nicht so. Wir wollen das alle. Sieht das ein bisschen laggy aus? Kann das sein? Da irre ich mich da gerade. Eieiei. Ich hab fast diesen Säbel hier verpasst. Warum sitze ich frei hierbei, die Menschen? Ich bin schon ziemlich hingeblieben. Okay, 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 okay. Ich hab übertrieben. Ich merk schon. Das ist eigentlich so die beliebteste Klasse. Das würde mich auch mal brennend interessieren. Wie weit sind wir, ah, okay, der sollte jetzt gleich kommen. Okay, es geht los. Ah, hier ist ja noch voll der Kram. Geil. Ich glaub, der ist voll auf mich abgesehen. Kann das sein? Okay, okay. Okay, okay. Haltigkeit. Na, bewaff' ich mir auf. Die kriegen wir auch easy so hin, Leute. Ah, gechillt. Ach, hier ist noch was, okay. Lass sie bloß sehen. Oh, haha, das wär's gewesen, wär ich jetzt raus, ne? Äh, raus mit mir. So, wir rüsten dann jetzt erstmal aus, ne? Man kennt's. Äh, 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 äh. So. Das ist das Beste. Und jetzt wird hier gebohrt. Jetzt wird hier eiskalt gebohrt. So, schön, schick. Hä? Wollte schon sagen, wir haben doch nur einen. Warum zeigt ihr mir das an? So. Schmackhaftig. Okay. So, Bro, erzähl mir, ich bin ein Tier, ne? Ich weiß. Ja, ja, ich weiß. Ja. Danke, Bro. So, und die Frage ist hier, ne? Dieser Kram ist ja sehr selten. Ich muss mich mal hier mit nämlich auseinandersetzen. Ruf. Ich weiß nicht, was wichtig ist. Aber ich muss mich echt mal auseinandersetzen. Weil das habe ich auch, äh, auf dem Handy noch nicht ganz so gecheckt. Ah, Kopfgeld. Hör mir auf mit Kopfgeld. Wird das alles wenigstens richtig funktionieren, ne? Da würde ich mich freuen. Ich wäre happy. Ich wäre der glücklichste Kopfgeldjäger der Welt. Aber. Ihr. Tut mir einfach nur weh. Oh, guck mal, wie schnell das am Anfang geht ist. Wie Butter. Ehrlich. Ach. Was mache ich denn da? So. Und wir waren. Wir sind schon auf dem Weg. Will wir 24 so werden. Jo, okay. Die haben wir einmal. Ganz schnell. Umgemäht, würde ich sagen. Ich will nicht wissen, wie ich ohne es genau sehe. Was läuft der denn immer automatisch? Was ist denn heute wieder los? Was? Ist hier los? So, einfordern. Egal. Ja. Hä? Okay. Egal. Egal, egal, egal. Grüß dich. Ach, wir müssen wieder warten. Ja. Können wir denn schon was herstellen bei dir? Ich glaube, wir haben noch gar nicht genug Kram, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Was können wir nochmal bei dem machen? Ich glaube, ja, 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 ja. Jetzt erinnere ich mich. Ich erinnere mich. Ihr verlangt immer nur Geld, ne? Ihr lebt in einem Spiel, aber wollt echtes Geld. Ihr verdammten Geier. So. So. Erstmal den Kram hier weghauen. Haben wir noch was? Ja. So, aufwerten. Ja, ja, die Höse. Ich habe schon gesagt. Wir machen erstmal das hier. Ja. Können wir ein bisschen mehr, obwohl können wir die Hose schon auf drei bringen. Ja, können wir. Unsere chilligen Packs haben wir auf drei gebracht. Ich weiß, ich bin ein Bad Boy. Ich wollte das hier machen. Wir verhalten erstmal die ganzen, ähm, die wissen schon, was ich meine. Ich weiß, jetzt muss ich in den Wald, aber wir können wieder sammeln. Was bringt eigentlich das hier? Das habe ich noch nicht rausgefunden. Hilt. Was bringt mir Hilt? Was bringt Hilt? Wie lange sollen wir eigentlich die Folge machen? Immer so 25 Minuten oder 30 Minuten? Wir gucken einfach. Ja, gut, schließt mal. Ich bin noch ein bisschen gewöhnter. Ich bin noch ein bisschen gewöhnt, mit dem Totenbüscher. Und auch mit dieser Schild-Attacke verfolgen. Aber die Weih ist, die ist echt geil da. Verstehe nicht. Das Schild ist, glaube ich, auch eher so für PvP geil, oder? Wenn man die anblenden kann. Ich weiß nicht, wie das für den... ...Gegner dann aussieht. Ach, schon wieder. Ich habe immer noch falsche Attacken im Kopf. Ich muss mir das echt angewöhnen. Oh. Sorry, Mädels. Äh, ja, okay. Du willst Schläger? Kannst du haben. So. Ah, so will ich mich enden. Joa, stellt euch mal vor, ihr seid echt in so einem Ding dran. Und werdet ausgesaugt. Ich glaube, das ist nicht so nice. Ich glaube, da würde ich lieber direkt gekippt werden. Oh. Sorry, Mädels. Oh. Okay. Komm mal raus. Eil dich mal. Weiß ich auch nicht, wo dein Vater ist. Wo dein Dillio ist. Ach, schon wieder falsch. Mädel, lauft doch nicht so schnell. Ich muss dich doch beschützen. Oder beschützt du mich? Es kann auch sein. Vielleicht. Bist du einfach crazy. Ja, das ging schnell. Ich bin einfach Maschine. Dann komm mal her. Ich hätte eigentlich meinen Charakter hier schon Maschine nennen müssen. Kreuzritter Ray. Der nächste, der wird Maschine heißen. Die hat schön viel gedroppt. Oh, der läuft immer automatisch, ne, Leute. Anlegen, natürlich übertragen. Was für eine Frage. Was für eine Frage. So. Yo. Ich glaube, es kommt diese große Pflanze da, ne? Ich meinte, das war die große Pflanze. Ach, mach mal. Hier, ich will. Ach, war das wieder was zum Anklicken, Leute? Willst du nicht? Okay, ich glaube, der Computer muss dann das weiter unten machen. Okay, okay, okay. Das heißt, das lag nicht an dem Computer, sondern dieses Feld ist einfach die Box dafür. Das ist ja kein Hitbox. Ihr wisst schon, was ich meine. Die ist einfach verdammt weit unten. Okay, aber jetzt wissen wir Bescheid. Und ich bin da gestern wie ein Opfer und raste fast aus. Unglaublich. Wir machen auf jeden Fall noch den Boss da, ne? Bisschen Bescheid. Und dann ist Finish. Unser Spezial-Attacke, den wir auch noch ready. Komm. Mach keine Szene. Ja, ich weiß, ich bin ein Ehrenbro. Okay, let's go. Ich meine aber oben die Pflanze. Das ist der richtige Boss, ne? Komm her. Ach, ich bleib auch noch drin stehen. So, werte Lady, das ist auch nicht nett von dir. Komm, gib mal Action jetzt. Ich dachte... Ist das nicht hier mit der Pflanze? Ich hatte das irgendwie im Kopf mit der Pflanze, dass wir gegen die Pflanze kämpfen müssen. Oder kommt das jetzt? Machen noch ein bisschen Laucherei, machen wir noch. Machen wir halbe Stunde folgen. Ich denke, das ist ganz gut. Sonst schaffen wir nicht so viel. Ich glaube, das war wirklich. Hä? Oder war das woanders? Das kann auch sein, dass es woanders war. Ja, okay, gut. Meine Güte. Wir legen es wirklich drauf an. Wir legen es wirklich drauf an. Okay, dann schnell hier hoch. So, dann gucken wir mal jetzt wegen Gerüstung. Oder so viel habe ich gar nicht. Egal, wir machen das trotzdem kaputt. Machen wir mal trotzdem. Vielleicht können wir jetzt direkt was aufwerten. Nein, können wir nicht. Ich hätte mich auch gewundert. Inspekte die Tome, die auf dem Ort gelegt worden ist. Lass es Ihnen ihre Zeichnisse zeigen. Hm? Das tue ich. So. Was bringt das hier? Das ist, glaube ich, nur so ein... Irgendwo, oder? So ein paar mal klicken. Ja. Okay, Leute. Ich glaube, das war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Sonst würde ich sagen, bis zur nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.